Guten Tag, liebe Bürgerinnen und Bürger. Erst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr, verbunden mit Glück und Segen. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang der Stadt Wedel am 8. Januar in das Rathaus einladen. Es wird ein entsprechendes Rahmenprogramm geben, das musikalisch entsprechend begleitet wird von Elb Sound Jazz Orchestra. Gleichzeitig wird der Herr Stadtpräsident Schernecker und meine Wenigkeit der Bürgermeister Neujahrsansprachen halten. Und wir werden auch die Gelegenheit ergreifen, in diesem würdigen Rahmen auch verdiente Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wedel mit der Ehrennadel und oder mit dem Sozialpreis auszeichnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zahlreich kommen würden. Und natürlich wird es auch etwas zu trinken geben, es wird einen Sektempfang geben. Und für diejenigen, die kein Alkohol trinken wollen oder dürfen, gibt es natürlich auch Orangensaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bis dahin eine schöne Zeit. Gute. 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 Gute.